Unterwegs im Land der Nebelkrieger kämpfte ich mich sechs Tage lang mit einem kleinen Expeditionsteam durch den peruanischen Dschungel. Erdrutsche, schlammige Pfade und immer wieder extremer Starkregen brachten mich an meine Grenzen und weit darüber hinaus. In dieser schier unendlichen Wildnis lebten einst die Chachapoyas, ein Urvolk Südamerikas, eine magische Welt, in der es sich lohnt, ein neues Abenteuer zu wagen. Dies ist meine Geschichte. Wir gehen mit Don Corsé zu einer Höhle, wo es wohl Fledermäuse, Vögel und andere Tiere gibt. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ein Wärmebild von irgendeinem Tier, das wir euch zeigen können. So anderthalb Stunden Marsch hin und auch wieder zurück. Das Essen schlägt durch beim Herrn Röder. Ich werde mir so einen kleinen Scheinwischer installieren für meine Stirn, der immer so wup, 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 Wir sind übrigens jetzt gerade mal 720 Meter unterwegs und haben 162 Schönen Meter. Also eigentlich nichts. Hier sieht auch geil, was ich mal ganz kurz umdrehen. Das ist so ein bisschen richtig dschungelmäßig, wie ich es mir vorstelle, wenn man dann drin ist. Also hier die Passagen, die ihr gerade gesehen habt, das ist ja mehr Landwirtschaft, man ja auch Kühe und sowas. Aber ich glaube, hier oben geht es jetzt richtig in den Forest rein. Oh, es kommt sofort auch so eine kleine Brise. Geil. Und ich hoffe, dass wir mal irgendwie noch eine Schlange sehen oder eine Vogelspinne oder irgendwas krasses. Drückt die Daumen. Jetzt geht es in den Dschungel, Jungs, ihr Mädels. Jetzt geht es in den Dschungel, Jungs und Jungs. Ja. Wir haben gerade eine Feige gezeigt bekommen oder mehrere Feigen. die fallen hier vom baum runter die sind viel kleiner als bei uns aber man kann sie wohl auch essen bin ich mir jetzt nicht so sicher ob ich das machen soll aber ja das geile ist wenn du so eine kleine dschungel experience macht und von allem manascht und ist weißt du nicht woran du stirbst ja stimmt nicht aber wenn du dann flitze kacke kriegst weiß einfach nicht woran es lag also schmeckt jetzt schmeckt nicht eine feige schmeckt intensiver schmeckt nach als würdest sehen sie gespöne essen akku dann probiere ich nicht ich glaube die liest sie noch seit letztem jahr hier so 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 also während andere hier irgendein pomelo ding wieder frisst ist uns mal aufgefallen dass es seit gefühlt einer halben stunde bei anderen aus dem rucksack raus tropft ich habe seine flasche aus dem rucksack rausgeholt die so rum drin war und ich weiß nicht ob man das sieht aber der deckel ist auf jeden fall richtig auf klemmung naja die hälfte ist auf jeden fall im jungle ich sag mal so also ich bin nicht der einzige der wasser dabei hat leichte flashbacks zurück in die wüste hat uns gerade was geiles gezeigt und zwar etwas was wir auf dem rückweg mit zurücknehmen guck mal hier nehmt die macht mal ein blatt ab irgendeins und reibt das mal also zerreißt das mal so und das kommt in die suppe man kann es zum kosten auch mal in mund nehmen aber er meint es besser wenn wir es in die uhr richtig koriander oder ja so nach für sehr intensiv aber geil ich kann das mit so einer rinderbrühe richtig geil vorstellen oder auch so ein bisschen süßlich so ein bisschen koriander mit lemon irgendwie so pflanzen mit stacheln sie aber nicht anfassen die sind so mini klein guck mal hier hängt auch eine spinne unten drunter ich brauche kurz eine minute das ding ist ich weiß nicht wie das anderen geht oder ob du das auch kennst andere aber wenn du an zu einem punkt ist wurde so zu hoch tourst als wäre das ein motor den du die ganze zeit so im ersten gang so auf 4000 drehst du sagst du hast nicht gut das habe ich gerade das gefühl deswegen muss kurz bisschen runter immer kurz stehen bleiben haben runter bringen und dann wie auf 2000 umdrehungen entspannt weiter mal klub trinken einfach glaube ich guck mal nach oben total oder also wir sind mittlerweile wieder auf 2168 meter haben gute 450 meter gleich aufgemacht sind seit ein bisschen über zwei stunden unterwegs und haben in diesen zwei stunden satte 2,4 kilometer geschafft da unten ist die höhle freunde ich bin gerade über überlegen ob es höhle oder oder fehlermäuse sind aber es sind ultra viele ich bin gerade auch Die Vögel in der Höhle sind sogenannte Oil Birds oder zu deutsch Fettschwallen. Sie gehören zu den wenigen Vogelarten, die sich durch Echo-Ortungen wie Fledermäuse orientieren können. Wir sind immer weiter in das Höhenlabyrinth vorgedrungen und das Licht der selbstgebauten Fackel macht die Stimmung noch abenteuerlicher. Durch die ganzen Regenfälle der letzten Tage gab es einen Fluss und mehrere kleine Zuläufe. Überall tropfte es aus der Decke und am Boden lagen große Steinbrocken, die vermutlich irgendwann von oben heruntergefallen sind. Nicht ganz ungefährlich die Aktion, aber vor lauter Staunen hat man das völlig ausgeblendet. Die Steinformationen wurden immer mystischer und der Entdeckerdrang zog mich weiter und weiter tief in die Höhle. Das ist komplett krank. Das ist absolut geisteskrank. Ich liebe es. Achtung, dein Kopf. So. Guck dir genau an den Nacken. Über dir ist so ein Dello. Aaaaah. Ich sag dir eins, in Deutschland oder egal wo in Europa, wäre so eine Höhle schon ausgebaut mit irgendwelchen Tourismus-Scheiß und irgendwelchen Stahltreppen und sowas. Ja. Du könntest gar nicht so hier reingehen, wo das so gefährlich ist, wie wir jetzt gerade sind. Eigentlich wäre ein Helm auch geil hier an der Stelle, aber wir sind ja vorsichtig. So, ihr habt's gesehen, wir haben uns hier ein bisschen reingekämpft, sind gerade in einem sehr, sehr geilen Abschied der Höhle hier genannt. Im Hintergrund sauviele Stalaktiten. Stalaktiten, kann man sich ganz einfach merken, sind die, die immer von oben runterhängen. Kleine Eselsbrücke, die wir brauchen nicht zu ernst nehmen, aber Stalaktiten, Stalaktiten, Hängetitten. Und Stalaktiten sind das Gegenstück, das sind die quasi auf dem Boden sind. Und ja, was ist das Ganze? Im Endeffekt merkt ihr, es regnet hier in dieser Höhle. Das heißt, irgendwo oben sind kleine Löcher, kann man sich vorstellen, wie so ein Schweizer Käse oder auch so ein Schwamm als Gestein. Da fließt das Regenwasser oben durch und kommt dann hier in irgendwelchen Hohlräumen raus, tropft von der Decke und nimmt halt Mineralien mit. Und die gehen dann quasi, vielleicht sieht man jetzt hier so ein bisschen ganz gut, gehen dann runter, dann hängt hier mal ein Tropfen. Und dieser Tropfen Wasser nimmt quasi vom Gestein oberhalb Mineralien mit und das bleibt wie so eine, fast wie so eine Salzgröße, kann man sich das vielleicht vorstellen, einfach hängen und verhärtet dann. Das heißt, diese Stalaktiten hier oben sind viele Jahrtausende alt, deswegen sollte man sich auch extrem vorsichtig sein, hier nichts abbrechen und so weiter. Und ja, ein Wunder der Natur, meine Freunde. Also hier muss man übelst aufpassen, weil es hier ganz im Tief ist. Und man sieht halt nichts. Wir sind hier gerade in dieser Höhle und laufen in den Fluss und es ist einfach nur absolut crazy. Es ist einfach gigantisch, das Höhlensystem hier. Richtig fett. Hier ist eine riesen Halle. Guck mal, hier hinten ist so ein riesiger Berg und hier sind ganz viele so eine kleinen Früchte und auch Eierschalen, ja, Ecks. Und dort oben ist ein riesen Loch. Ich bin mir nicht sicher, ob das Loch vielleicht irgendwo über ein paar Umwege oben im Dschungel rauskommt und dann quasi Früchte da reinfallen oder Erde reinfällt. Weil wo kommt das alles her? Und vor allem, schau dich mal diesen Hügel an. Oder, Theorie Nummer zwei, das ist ein riesen Haufen Scheiße von den Vögeln. Da kann ich ein bisschen Input geben, weil mich hat eben so ein Drops getroffen von oben. Und der war ungefähr die Größe. Ja und? Und der ist mir schön hier in den Nacken rein. Und ich schätze mal, das sind die Dinger. Ja, aber das ist doch was aus dem Dschungel. Ja, weil die Vögel draußen fressen gehen und das dann hier drinnen ausscheißen, wenn sie verdaut haben. Das Ding? Ja. Da ist doch irgendwas drum rum. Da ist vorher der Kern. Das ist nur noch der Kern. Das ist der Kern. Die nehmen die Frucht. Das heißt, die fressen die komplette Frucht. Genau, mit Kern. Mit Kern und scheißen hier wieder aus. Ja. Ah. Siehst du? Zeichensprache. Vogel fliegen. Happa, happa. Zack. Muy bien. Ich sag's euch ganz ehrlich. Wenn hier irgendwas zusammenbricht, irgendeiner versperrt sind, sind die kompletter Marsch. So. Wir sind jetzt hier am Ende der Höhle angekommen, zumindest für uns. Das Wasser fließt noch weiter. Man würde vielleicht irgendwie dorthin sich durchquetschen können. Aber das Problem ist dann, dass wenn der Wasserspiegel ansteigt, dass sehr viel regnet, ja wir nicht mehr zurückkommen würden. Ganz klar, Wasserspiegel steigt. Dann ist der Rückweg blockiert. Das geben wir natürlich nicht ein. Wir sind ja mitten in Peru. Irgendwo im Dschungel. Deswegen geht's jetzt wieder Richtung Ausgang. So Freunde. Ich glaube ich kann an einer Hand abzählen, wie ob ich dich Alkohol trinken gesehen habe. Das hier ist selbst gebrannter von den Locals hier. Und nach einer erfolgreichen Höhlen-Expedition muss man natürlich auch drauf anstoten. Und da drüben wird sich schon wieder ein Cooker reingezogen. Können wir gehen? Ja, kann man mal einen Schluck nehmen und dann kann man es wieder lassen. Hier geht's in eine Toilette. Es ist natürlich nicht gerade das Modernste, aber es macht auf jeden Fall den Job. Spülung. Ja, da seht ihr es. So sieht das aus. Dann legen wir mal los. Resten nochmal schön von allen Seiten. Wir müssen mal kurz eine Sache thematisieren. Ich weiß, es liegt eigentlich auf der Hand und ihr sitzt gerade schön auf eurem Sofa und denkt euch, was will der Typ jetzt mir eigentlich erzählen? Wir sind im Regenwald. Feuchtigkeit. Um die 150 Prozent. Das ist jedem klar, aber was das in der Praxis heißt, das ist eigentlich nicht vorstellbar, weil es ist wirklich alles nass. Selbst das Objektiv von innen ist nass. Hier ist alles nass. Mal ein kleines Beispiel. Die Gummistiefel, die stehen hier komplett im Trocknen. Das ist Gummi als Oberfläche. Hier oben ist es etwas angetrocknet, aber auch nur so ein bisschen. Und hier unten ist es einfach nass. Und die stehen seit 10 Stunden, 12 Stunden da. Auch die Klamotten. Es wird nichts mehr trocken. Das, was hier, ihr seht es hier, trocken scheint. Das sieht ja trocken aus und das sieht nass aus. Das ist immer noch feucht. Das ist klamm, wenn du hier anfasst. Es ist alles komplett durch. Selbst die Crocs, die quasi, also da ist ja nichts zum Einziehen. Das ist kein Stoff, sondern das ist quasi Material, wo kein Wasser eindringen kann. Die standen innen drin und heute Nacht war ich um 5 Uhr pinkeln, bin rein, komplett in die Suppe. Die Feuchtigkeit ist überall, everywhere. 150, 300, 400 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist einfach krass. Und auf anderen Touren habe ich das natürlich auch mal, dass alles gletschnass ist. Das kennt man mal vom Regen. Aber das ist hier ein Dauerzustand. Man muss es einfach akzeptieren. Egal wo, wie lange man ist, man ist dauerhaft nass und alles ist nass. Alles in eurem Rucksack, jede Kleinigkeit ist feucht, nass. Die Frage ist also immer nur, wie sehr? Ist es triefend zum Ausfringen oder ist es klamm und feucht? Aber trocken ist hier nichts. Man, einfach mal ein kleines, ehrliches Essen. Bisschen Reis, bisschen Linsen, bisschen Schwein. Ja, gleich geht's weiter. Dann geht's in den Dschungel. Das ist die letzte Stärkung, bevor wir wieder durch den Matsch gehen. Und meine Prognose für heute ist, das Wetter ist deutlich besser als die letzten Tage. Es hat gefühlt noch nicht einmal geregnet, aber wir werden trotzdem kritisch nass sein, weil wir schwitzen nämlich sauer. Und worauf ich mich aber echt richtig freue, wir haben eine Flussüberklärung vor uns. Und Don Frosé hat in Zeichensprache vorhin mir übermittelt, dass der Fluss auf jeden Fall ein Stück angestiegen ist. Und sehr, sehr reißend. Geil. 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 Geil.